Dreckige Scheiden hingegen sind auch gut zu vögeln, mir doch egal. So, ey, Paule, nennen dich Leute Paule? Ja, aber ich weiß nicht, wie ich mich dazu fühlen soll. Okay, Paule, vielleicht filmen wir das raus in den nächsten zehn Minuten. Hat deine Mutter dich so genannt? Paul? Weiß ich nicht. Ich glaube, es war so eine Konsensentscheidung bei meinen Eltern. Also nicht mein Paule? Paule? Nee. Das war ein Lacher. Das war ein Lacher. Ah, stimmt, wir dürfen nicht lachen. Ja, komm. Wie gefällt dir mein Hemd? Ziemlich Jungle Wild, würde ich sagen. Hm, das hat mir meine tote Mutter geschenkt. Also bevor sie gestorben ist, hat sie mir das geschenkt. Ja, weil Tote können nicht schenken. Ich wollte noch kurz Bezug darauf... Außer die Erben. Das könnte auch... Das stimmt. Aber sie lebt auch noch. Ähm... Wow, wie wenig kann man zu einem Joke committen? Ähm... Das ist... Hier ist ein Vogel auf dem Hemd. Der kann sehr gut rappen. Das ist Tukan Shakur. Oh, das trifft sich gut. Warte, warte, ich hab noch ein paar Anschlusswitze. Ich wollte die ganzen Vogelwitze jetzt abhandeln. Ach so, ja. Weil der rappt gar nicht, der ist eigentlich ein Ägypter. Ja, das ist... Ich weiß, ich weiß, was kommt. Und du kannst es gerne sagen. Das ist... Tukan Amun, ja. Ja, genau, ja. Nee, eigentlich tritt er an für die Präsidentschaftskandidatentour in den USA mit dem Slogan Yes, Tukan. Das war mein Lieblings-Tukan-Witz. Ja, okay. Den hab ich zum... Obwohl, das ist ein nischiges Genre. Das kann ich selten bringen. Muss ich immer das Hemd so anziehen, ja. Ah, ja. Ich wollte da jetzt mit einem Rap-Joke auch anschließen. Was machst du, wenn bei deiner Dirty Sprite das Lean ausläuft? Dirty Sprite? Das Lean? Das sind so viele Jugendwörter, die mir nicht geläufig sind. Kannst du das einfach ignorieren? Ja. Okay, was machst du, wenn bei deiner Dirty Sprite das Lean ausläuft? Keine Ahnung, Paul. Du bringst es in die Rapparatur. Skrr, skrr. Das war richtig wack. Ja, das war eigentlich meine Moritz-Hohl-Imitation. Ah, okay. Weil du gedabbt hast. Ja, genau. War das ein richtiger Dab-Job? Und weil ich richtig tief in den Cringe gehe. Ja. Da fühl ich mich wohl. Der Deutsche Bauernverband hat jetzt neulich jedes Jahr wieder die Lieblingsgemüse der Deutschen veröffentlicht. Platz drei ist Lauch. Platz zwei die Kartoffel. Platz eins jetzt zehnte Jahr in Folge Michael Schumacher. Ich kann den, aber ich trink für den, weil ich finde es ein solider Michael Schumacher-Druck. Wie nennt man das, wenn man darüber rappt, dass man sein ganzes Geld verzockt hat? Risikokapital-Bra. Geil. Das war mein letzter Rap-Joke. Ja. Ich hab mir die anderen Kandidaten, den ich bitte erzählen soll. Bei Shirin David und Haftbefehl wäre ich noch dabei dann. Ansonsten wird's schwammig bei mir. Ja, aber du warst auch der Erste von allen, denen ich Rap-Jokes erzählen würde. Stell mal vor, ich erzähle Stefan Rap-Jokes. Kennt er sich nicht auch mit Rap? Ja, ich hab Angst. Mehr mit Raps, ne? Also, nach all der Zeit hier ist es Zeit, den Elefanten im Raum anzusprechen. Sinan. Warum machst du das bei mir? Ich hab kein Duell mehr mit einem Dicken unter sich. Der Lacher war für... Ich hätte auch andere Leute ansprechen können. Okay, ab jetzt kommen Solid-Jokes, okay? Was meinte Friedrich Engels, als er gefragt wurde, warum sie jetzt in ihrem Merch-Shop Strap-On-Dildos verkaufen? Also Karl Marx. Wow, da braucht man richtig viel fundiertes Geschichts- und Politikwissen für diesen Joke. Und Kinkwissen. Ja, also deswegen, ich hab den Mars geschneidert für dich. Ich mag's geschneidert. Äh, einige Leute sagen, ich sei Pädophil. Äh, nein, höchstens Pädobisschen. Äh, Chapeau, sag ich mal. Das war knapp. Chapeau, Herr Gesetzeshüter. Wo kommst du denn her? Daniel Lewis. Chapeau, Herr Gesetzeshüter. Alter, ich dachte... Für mich ist das schon so ein Comedy-Classic, aber das kennen leider so 30 Menschen. Wow. Ähm... Ich war letztens in einer... Für den Joke komm ich in die Hölle. Äh, ich war letztens in einer Behindertenwerkstatt und ich war schockiert. Die versuchen noch nicht mal, die zu reparieren. Hehehehe. 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 Hm. Ähm. Die alten Ägypter benutzten bereits Pflanzenschutzmittel. Das wissen wir, weil sie das auf Wände geschrieben haben. Man spricht dabei von Hyroglyphosat. Hehehehe. Du hast viel Ägypter-Material. Das war mein letzter Ägypter-Joke. Das war schon noch ein bisschen... Jaja. Ist ein bisschen scharf geworden das, ne? Mhm. Wir leben in militarisierten Zeiten. Ich war gerade im Supermarkt und alle Radieschen, die die hatten, waren im Bund. Hehehehe. 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 Meine Eltern haben immer gesagt, wer nicht hören will, muss fühlen. Wer nicht sehen kann, muss auch fühlen. Also, wenn er lesen will. Hehehehe. 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 Ah, ich finde... Ja, das ist ein... Ja. Ja, okay, gut. Ich finde es ein schöner Witz einfach. Aber es ist... Kann es appreciaten. Aber nicht lachen. Ja, aber für den trinke ich keinen Shot. Okay. Mein Vater ist Krebsarzt. Ich habe nie so recht den Punkt darin verstanden, nur... Hehehehe. Warum ist da der... Hehehehe. Ich glaube, dass hier so... Was? Ich glaube, das ist der wissenschaftliche Begriff. Oh, Mann, was hier? Oh, okay. Hehehehe. Mein Vater ist Krebsarzt. Ich habe nie so recht den Punkt darin verstanden, nur ein Sternzeichen zu behandeln. Hehehehe. Scheiße. Das war sogar der Stopp. Ich habe... Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob du sicher bist, war es wirklich dein Vater oder war es dein Onkeloge? Hehehehe. 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 Ja, gut. Nee. Kennst du nicht den Fachbegriff, ne? Doch. Mein Vater ist Onkeloge. Okay. Hehehehe. Sorry. Meine letzte Beziehung war eine offene Beziehung, das hat mir nicht gefallen. Meine nächste wird wieder klassisch konservativ. Monogam und ich betrüge heimlich. Hehehehe. 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 Gutes Wu, oder? Hehehehe. Hehehehe. Weil ich Wassermann bin, wollte ich mal Comedy nur für Wassermänner machen. Aber es kam raus, meine Witze sind nur vage lustig. Hehehehe. 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 Ja gut. Sehr viel Sternzeichenmaterial. Das sind die einzigen beiden. Hehehehe. Thinking out of the box ist ein gutes Lebensmotto, außer du bist Bestatter. Hehehehe. 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 Aber ich meine, in der Branche tätig war wahrscheinlich. Hehehehe. Hehehehe. Was haben die Rolling Stones und Teenager gemeinsam? Wenn sie zu dritt auf dem E-Scooter vorbeifahren, kriegen Boomer Schnappatmung. Hehehehe. 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 Dreckige Scheiden hingegen sind auch gut zu vögeln, mir doch egal. Ich geb mal ne neue Runde hier. Ich glaube es ist echt schwierig, überzeugt homophob und praktizierende Urologe gleichzeitig zu sein. So, Herr Hohel, gucken wir uns das mal an. Oh, diese scheiß Homos! Was genau war das Act-Out? Hast du einen Schlauch in den Alter, das war so ... Das war so ein Penis. Neben dem Urologe, den ich gespielt habe in diesem Act-Out, hat der, weil das machen Urologen, die gucken sich professionell Penisse an und wenn die dann auch noch Menschen sind, die auf Männer stehen, hassen, dann ist das witzig. Weil die haben Penis in der Hand und sagen so scheiß Homos. Weil ich alt bin, ich kenn mich auch mit Urologen, weil ich alt bin und mir wurde mal der Penis untersucht und da hat er wirklich gesagt so, da wollen wir mal das Mützchen zurückziehen. Kann man bei Juden auch nicht sagen, weil den darf man nicht die Kippa klauen. Ja, das ist wirklich unterseben. Aber dafür musst du kein Urologe sein, übrigens. Um Penisse zurückzuziehen? Dafür musst du Antisemit sein. Okay. In welchem Hotel steigen Borderliner ab? Im Ritz. Anschluss, ich sage das, weil ich weiß, Borderliner haben nichts gegen Witze über sie. Sie finden sie selbst verletzend. Ich hätte eher Emu erwartet als Borderliner. Sorry, ich wollte es nicht. Ich bin Emu. Fritz. Moritz. Weil du elektrisch angetrieben bist. Stell dir vor, du kommst in die Arbeiterklasse und wirst direkt gemobbt. Das macht mich traurig. So Busfahren und so. Dann trinke ich lieber einen Shot. Ich habe noch einen. Ja, ich habe noch ein paar. Du hast noch ein paar? Ja, aber manche sind richtig schlecht. Okay. Hatten wir nicht schon zwölf? Machen wir weiter? Ich habe eh... Du hast mehr. Okay, dann mache ich noch einen schlechten und dann... Xavier Naidoo ist bekannt für seine Verschwörungstheorien und sehr wirres Zeug, was er erzählt hat. Was man dabei nicht vergessen darf, seine Musik ist richtig scheiße. Ich habe schon als Jugendlicher immer ordentlich gekokst. Ich hatte einen guten Ziehvater. Ah ja, wegen... Ja, wegen Kokain. Also ich habe... Sorry, der war ein bisschen schlechter, aber ich möchte ihn nicht aufziehen. Lass ihn an dir vorüberziehen. Ich habe dir verziehen. Kannst du ihn wieder aufziehen? Ich hätte jetzt noch einen, aber den kann ich weglassen. Ich würde mich mit dir kloppen, aber ich glaube, du ziehst ihn kürzeren. Ciao. 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 Ciao.